Ja, weiter. Gut. Voll einschlagen. Voll einschlagen. Langsam. Voll einschlagen. Jetzt noch mal zurück. Genau. Voll einschlagen. Gut. Jetzt mal hier den Aufschlagen, damit die Rinde hier reinkommt. Ja. Probier mal lang, ohne Gas ausgedacht. Gut. Das war dein Verkauf. Jetzt noch mal. Steck mal weiter hin und zurück. Bleib. Sperrück! 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 Rؤuut! Drei, ich spiele. Wir werden nun. Wir wollen, wir werden uns nicht weiter. Die Runde sind nicht driftig. Wir müssen noch nicht weiter sehen. Weiter! Hagel! Das war's für heute. Zurück! Hier ist ein Felsen, ne? Achtung! Ja, zurück, zurück! Zurück! Zurück noch! Ich hab ich gar nicht gesehen! Gut, langsam! Erster Gang! Zurück! 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 Und unter! Und unter! Na gut! Zurück! 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 Laun! Langlauf! 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 Endrober Ruhls! Ha 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 Du hast Gas weggenommen wieder und du hast Gas? Nein, ich schlieg auf. Nein, du hast Gas weggenommen. Ich schlieg, erzähl mir nichts, was ich mache. Du hast den linken Stein. Fahr den mal drüber. Ja, ja, ja. Ja, hat er, hat er. Wo geht er? So, ein bisschen Bescheid. Wir kommen mal zum Zeigen. Dann können die Bedienung... Ey, du wirst mich verarschen, ich stehe die ganze Zeit auf Gas. Nix da, da war Gas. Ja, jetzt will er. Ja, jetzt will er. Komm mal wieder Gas weg. Gas, Gas, Gas! Das war ein zweiter Gang, Vollgas. Futter, Magsburg. Wie sieht das clients India. Ja, kein Waygrohe gerade. Na geht geht daran. Das war's. Ja, 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 ich gehe mal rein. Langsam, langsam. Noch einmal. Stück noch, Stück noch, jetzt noch, einschlagen. Jo, alles klar. Ja, ja, der Unterbau, wenn du mal unterguckst. Der ist... Lass uns das mal hier versuchen. Das ist ein Bodylift. Da kannst du mal die Karosse ein bisschen herkommen. Ja, da kommen wir ganz easy hoch. Den nützt er nicht. Die Karosse, oder liegt er nicht an der Karosse? Ich meine aber, der mit Karosse da. Nicht mehr lang. Ja, mehr Masse. Ey, voll. Sehr schön, ich kann aufbauen. Gas, Gas, Gas! Mit den Reifen gefahren, hast du gesehen? Der nimmt so viel Energie. Du darfst nicht lenken, du bist gerade über die Reifen gefahren. Das sind die unermittliche Reifen von vorn, ne? Ja, gegen den Stein halt. Und Gas, Gas! Ja, da hast du recht. Ja, da hast du recht. Nee, aber die sind abgeladen. Ja, ja, aber die sind abgeladen. Ja, ja. Du darfst nicht die Reifen da lassen, dann geht es wieder. Ah ja, das ist ja mit Gas, ne? Ja, das ist ja mit Gas, ne? Ja, ja. Thomas, park mal dein Auto da oben auf der Spitze aus fototechnischen Gründen. Ja. Jetzt gib ihm! Jetzt gib ihm! Jetzt gib ihm bis Höchstraumat, dann gib ihm Schärferraum. Ach so. Jetzt! Gas, Gas, Gas! Oh, ho, 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 braun einfach. Dann wird der Bus wieder gejagt. Wieder Gas weggenommen. Der hat zwischendurch Gas weggenommen. bis bald dick zu fliegen. So ist er noch mal ein Ex-Budel und dann find er auch noch nicht weg. Machen wir die Companion, dann muss man noch was mit Gas geben. Wir müssen noch mal ein Ex-Budel genommen werden, oder? Der ist jetzt, was wir haben. Jetzt muss ich auch den Gas gegen sie nehmen. So ist es wirklich. Ich bin... Ihr seid schon mal am tempest. Wie bitte gibt's? Ich kann eigentlich mal das! Ich bin, warum. Ich hab hier nicht mal von der Reifen. Ich bin, warum? Der pfischt ein! So, reicht schon! Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020